Freitag der 13 Uhr Ja, ich bin auch noch da Wie hat es geschmeckt? Nach mir Entschuldigung, welcher Tag ist heute? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin der Freddy, wir machen das für das Internet und heute ist ja Freitag der 13 Uhr und wollten mir mal ein paar Fragen dazu stellen Hatten Sie heute schon mal Pech gehabt irgendwie? Äh, ach, nö Und was ist heute schon so passiert? Alles beim Alten oder? Ja, also fantastisch Fantastisch? Ja Was für ein Tag ist heute? Freitag Der wievielte? Der 13 Uhr Ja, klar, ich finde auch, aber weißt du man darf das alles nicht so eng sehen weil auf Regen folgt manchmal Nebel Ist schon was Komisches passiert? Nee Was Schlimmes? Nee Was Böses? Nee Nee Aber der Tag ist ja noch jung, oder? Ja Ja Damals, als ich angefangen habe Musik zu machen da wurde mir klar es wird noch ein sonniger Tag werden Ja? Ja Hallo, heute ist Freitag der 13. Ist schon was passiert? Nee, alles noch gut bei mir noch keine Unglücke passiert Ja Okay, dankeschön, dankeschön Das war sehr schön Dankeschön, vielen Dank Schönen Freitag der 13. noch Und ganz viel Glück, damit Sie kein Pech haben Tschüss, bis zum nächsten Mal Äh, die muss ich gleich waschen